Hallo, ich bin Jessica Parker. Ich bin heute euer Osterhesinnen-Darsteller aus dem BKA-Theater. Ihr wisst, das Theater, das schon seit vielen, vielen tausend Jahren geschlossen haben muss. Ihr wisst schon, wegen Corinna und so. Wir haben uns gedacht, da wir noch bis mindestens Ostern geschlossen bleiben müssen, aber auch nicht genau wissen, wie es danach weitergeht, weil es ist alles sehr, sehr ungewiss. Und das auch schon seit langer, langer Zeit, habe ich mich in dieses Kostüm schmeißen müssen und mache mich heute zum Göppel für euch an diesem Glücksrad, weil das kann nämlich in die Zukunft gucken, passend zur Auferstehung. Und ich will heute mal sehen, wie es weitergeht mit dem BKA-Theater. Wir fangen einfach mal an, weil ich bin richtig heiß drauf. So, das steht genau auf der Mitte. Ist schon mal jetzt blöd, machen wir nochmal neu. So, jetzt aber, jetzt pass auf. Guck mal hier, keine Ahnung, finde ich schon mal gut, da sind wir genauso schlau wie vorher. Machen wir nochmal weiter. Ein Wodka für Juressica. Ding, Döhnchen auf euch, frohe Auferstehung. Nochmal, nochmal. Ist aber der billige Fusel, oder? So, 2022, ich möchte sagen, das erscheint mir realistisch, liebe ZuschauerInnen. Deshalb gehabt euch wohl, kommt gut durch die Auferstehung und Ostern durch und hoffentlich bis bald in diesem wunderbaren, schönen BKA-Theater. Bis dann, eure Juressica-Osterhersen. Bye! Bis dann, eure Juressica-Osterhersen. Bis dann, eure Juressica-Osterhersen. Bis dann, eure Juressica-Osterhersen.